Was hast du denn für Interessen an Heroes eigentlich? Ich hab diesen Schleim-Champion, der spricht mich sch- Ich hab keine Ahnung, weil da stehen ja wirklich dabei, was der Rolle ist, aber ich glaube das ist ein Tank. Der Schleim ist wohl schwierig zu spielen. Ne, das werden wir ja sehen. Ach, man kann hier mehrere auswählen. Ja. Den zweiten, den Bebop, der einen Hook hat. Und die Sniper-Tunde, weil... Ich glaub die war cool. Ich kann fliegen. Das ist immer lustig. Ja, die Sniper haben das auch lustig, stimmt. Aber man kann sogar Sachen Priority machen, lustig. Kann man noch mehrere? Ja, man kann mehrere. Ja. Nett. Ja, keine Ahnung. Okay, davon aus, dass man am Ende eh noch, ähm, nochmal seine Heroes auswählen muss. Als Standarbeit, dass er ihnen dazugewiesen wird. Ach wirklich? Hm, ein interessantes System. Okay. Ah ja. Ich bin der. Du bist die Sniper-Tunde. Aha. Jetzt ist das Spiel zu leise. Boah, ich... Hey, jemand anderes hat den Schleim. Gemein. Jetzt hätte nur den Schleim auswählen sollen. Ne, ich muss da drei auswählen. Das ist denn die beste Ability, die man kann. Ah, wir sind zusammen auf einer Lehn. Ich glaub das ist Absicht. Wo hört die Lehn denn auf? Ach hier. Ui. Was ich komisch finde, ist, dass die Sniper-Tunde nicht, ähm, ranzoomen kann außerhalb von der Ulti. Ach, hab ich... Oh, hab ich's falsch gerade geskillt? Fuck. Ich weiß, was die Abilities machen. Und nett. Au. Oh, der ist ja unten. Ich bin verwirrt, dass, ähm, der Wort der Meinung ist, dass wir auf YouTube streamen. Jemand hat mich getötet. Oh. Günstig. Kein Angst. Ich hab kein Geld. Ich will mal kaum noch Items kaufen. Ich will mich kaum fliegen. Okay. So, ich probier jetzt jemanden zu hucken. Ich hab gemisst. Wart mal, ich kann die slowen und dann kannst du den Hook. Und wenn du das nächste Mal deinen Hook hast? Äh, in acht Sekunden. Au. Der hat einen Feitscher. Ich hab ihn geruckt. Aber es hat nichts gemacht. Oh Gott. Ich mach einen Schaden. Irgendwie halte ich nichts aus. Welchen spielst du? Diesen Bebop. Ach, der ist fast dran. Ich hab weniger Leben als du. Oder ist das so schade? Oh, der ist hier. Oh, der ist hier. Was sind wir? Hinter dir? Ja, ich glaub, der hat mich von hinten gesündet. Was kauft man denn? Wie viel hab ich denn? Wie viel hab ich denn? Wie, wie kommt man denn in diese Leitung? Ach so. Aha, jetzt erklärt's, warum ich nicht springen kann. Moment, wo bist du? Du bist in einer anderen Land. Äh, die Orangener. Ich hatte meine Tastatur nicht im Game-Modus. Das heißt, ich konnte Spaceball nicht drücken. Boah. Boah. Fuck. Ich sterb einfach gegen den. Nein. Das hat mich gefällt. Äh. Ja, wir pushen irgendwie nicht. Wirklich. Hab ich das Gefühl. Nee, weil der uns einfach platt macht. Uff. Guck mal, wir haben jetzt FPS-Probleme gehabt. WTF. Und jetzt geht meine Maus nicht ordentlich? Wieder gemisst. Ey, der Hook zu treffen ist richtig schwer irgendwie. Ich spiel's gerade irgendwie noch 40 FPS runter. WTF. Äh. 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 Was? Warum macht der mir so viel Schaden? Ja. Der hat doch schon so viele items? Wieso hat der schon so viele items? Ich glaub so viele items haben. Weil die unsere Monster wegfarmen. Ich hab nur 16 FPS. Äh. Äh. Der hat 5000 Spears. Das passt richtig gut. Der macht auch Kills ohne Ende. Nein. Äh. Nein. Auch wieder der Typ, ne? Äh. Spiels... Ich hab grad nur 20 FPS. Das ist ein bisschen schwierig. Ich hab gerade nur 20 FPS. Das ist ein bisschen schwierig. Ich hab gerade noch 20 FPS. Wissen Sie wahrscheinlich. Jetzt spiel mal neu gestarten. Ich hab grad meine Settings ein bisschen runter gemacht. Aber. Man kann sich boosten an das Sip. Nein, das ist natürlich gut zu wissen. Tja, also wenn wir verlieren... ...liegt's an unserem Team, ne? Warte, wir pushen uns ja überall. Es ist nicht da, dass der Spielschein optimiert ist. Ich treffe nichts mehr, Richard. Nein, nicht nur du. Ich hab eigentlich vor uns ziemlich gut getroffen. Ich glaube, der Typ ist auf eine andere Lehne gegangen. Das war eben zu einfach, ja? Ne, ist er nicht. Oh! What is happening? Da ist er wieder! Hilfe! 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 Oh, ich muss meine... ich muss diese Tasten irgendwie auf die Maus legen. Das ist... Ja, ich hab den Dash auf die Maus gelegt. Ich weiß nicht, was ich auf die Maus legen muss, aber ich kann die 1, 2, 3 und 4 Tasten, die kann ich einfach nicht drücken, während ich spiele. Also... Eieieieiei... Sind der Dash? Ist doch einfach nur Space, oder? Ne, Shift. Und... ... und... ... und die Schrift. Cool, ich kann die Tasten nicht belegen. Ich hab ihn gehuckt. Mehr wollte ich nie. Nooo, er ist tot. Au! Hm... Äh, kann ich das irgendwie? Also der scheint mit dem ziemlich abzugehen. Ja. Mit Lash. Mit dem peitschen Typen. Warum ist denn das Logitech Control Panel nicht so gut und erkennt, welches Spiel gerade läuft, damit ich das einfach hinzufügen kann? Okay, was ist das? Irgendwas ist da in der Mitte. Jetzt... Geh ich mal hin. Oh. Ne, 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 ne. Das hätte ich nie machen sollen. Aber jetzt komme ich hier. Das ist oft, ja. Der hat's aber auch auf mich abgesehen. Okay. Vielleicht mit dem automatischen Wechsel in dem Spiel muss ich da noch einstellen. Hier, meine Framescannen wieder. Haha, ich habe meinen Linksklick... Ich habe es geschafft, meinen Linksklick nicht mehr zuzuweisen. Nee, mein Linksklick ist immer noch zugewiesen. Das gibt's nicht. Hotkeys... Ähm... Ah, hier. Ich habe es geschafft. Ich habe meinen ersten Kill. Ach, cool. Hm, vielleicht muss ich das auf die... ...auf die Karte legen. Geh mal wieder zu... Okay, in Gelb kommst du rein, Garant, ne? Ich bin zu spät. Oh Mann, die waren unsichtbar! Das ist ja unfair! Die waren plötzlich alle unsichtbar! Die waren unsichtbar! Okay... ... 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 Ich bin tot! Ich bin instant tot gewesen, what the fuck! Ich hooke ihn... ... und sterb dabei! Was ist eigentlich, was die so für Level haben? ... ... Ah, ich bin ihm gedodged sein! ... 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 und dann gibts auch noch Schrein. Moment, ich kann die Bomb auf mich selbst casten. Ich zeigte ich das mache, wenn ich eh schon rein renne und sterbe. Ja, das sind zu viele. Bucht ich ja alle hier. Jupp. No. Vielleicht soll ich nicht einen Sniper spielen. Also ich meine, sondern irgendwas, was halt... Wo man nicht ganz so viel treffen muss. Also ich meine... Nee, es ist ja kein Overwatch, ne? Es ist ja eher ein MOBA. Ja, ja. Aber... Das coole an Spielen ist ja... Dass man mit Skill gewinnt, oder? Die Singularität, Max. Mit Dispective? Ach ja, genau so. Tch. Ah, du bist tot. Ach nee, wir sind tot. Wir sind tot. Äh... Mittelmäßig. Hoffnung was der Hero, kein davon. Der Hero ist gut. Man muss halt nur wissen, wie es funktioniert und nicht mit einem Spiel Performance-Probleme zahlen. Ja. Sicher, ich hab gar keinen... Das ist schlecht. Ja. Aber der andere hat auch 0. Und der Typ, der mit uns auf der Läden war, einfach 32. Hey, das war unser erstes Spiel. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Oder abonniert unseren Kanal für noch weitere Battlelog-Videos.